Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Bleib fort. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Hey, Kumpel, ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Hm? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich geb ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen, nö, nö, ja, Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Leck! Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon! Sei doch nicht so! Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank! Oh, komm schon! Oh, komm! Oh, komm schon! Das war's für heute. Das war's für heute.